Musik Das läuft an der Schule so ab, dass wir das Semesterprogramm bekommen. Wir haben einen Beratungslehrer, der sich um Begartenförderung kümmert, der Schüler anspricht, zu dem Schüler kommen, die Informationen bekommen und dann sich auswählen, an welchen Seminaren, pro Seminaren Übungen sie teilnehmen, an der Uni hier in Duisburg-Essen. Die Schüler müssen vom Unterricht freigestellt werden, das ist aber kein größeres Problem. Die meisten Veranstaltungen finden ja im Nachmittagsbereich oder Abendbereich statt. Sollten da Überschneidungen sein, wird das mit den Fachlehrern abgesprochen. Das sind Schüler, die leistungsfähig sind, dass sie den Stoff gut nacharbeiten können und sind auch motiviert, Scheine zu machen für ihr Studium.